So, das wäre der Sound. Alright. Läuft oder was? Achso. Ah. Ah, cool. Okay. Okay. Keine, was auch Knopfdruck ist anders. Okay, hallo, ich bin Benni Benson. Wir sind hier im Albert-Martin-Atelier für Musik, meinem musikalischen Zuhause. Und ich stelle euch jetzt mal die Band vor. Wir fangen an. Hier am Schlagzeug, da wird später der Jakob sitzen und auch der Maxi Wörle von den Adolescents bei einem Song. Dann haben wir hier noch das Vibraphon und da steht der Harry Alt. Und die drei Jungs teilen sich so diese Ecke hier. Die machen viel Percussion, eben Drumset und Vibraphon. Der Maxi Wörle, der steht dann immer noch hier auch so und singt so ein bisschen zweite Stimmen mit. Das macht er auch ganz, ganz großartig. Der geile Typ. Dann, ähm... Ah, ja, wir gehen einfach so rum im Kreis. Dann haben wir hier... Geht der da hinten auch mit? Nee, leider nicht. Der guckt aber immer zu, dass wir auch keinen Scheiß machen. Ähm, dann haben wir hier, äh, den Hubi. Ähm, also known as the Bassplayer from T.S. Ullmann, you know. So ein bisschen Name-Dropping hier mal. Mein lieber alter Freund Hubert Steiner. Hier stehe ich. Dann, ähm, stehen hier die zwei Bläser. Einmal der, der, äh, Martin Lehmann an Trompete und Flügelhorn und hier drüben der Rainer Gutroff. Dann muss ich noch ein bisschen umbauen, weil heute auch das erste Mal die zwei Sängerinnen kommen. Das ist einmal die Anna Diel und die, äh, Dorothee Felten. Die singen heute auch noch mit. Da weiß ich noch nicht, wo die stehen. Und dann kommen wir hier zur Tastenburg. Zur Keyboard-Tastenburg-Gitarren-Ecke. Hier sitzt der Maximilian Stephan. Der hat übrigens auch, äh, das Artwork zur Platte gemacht. Ähm, genau. Der spielt hier Juno, so einen geilen Synthesizer und das, äh, Fender Rhodes. Und, ähm, auch, äh, Klavier. Und Klavier spielt aber auch noch der, äh, Michi Kamm. Der ist auch mit dabei. Und Maxi bedient noch ein paar Gitarren bei ein paar Songs. Und wer heute leider nicht da ist, die sieht man dann am Freitag. Ähm, das ist dann die, äh, die Ruth am Cello, der Juri am Cello und der Mehmet. Und der spielt Bratsche. Und das ist das Streichertrio. Die sind auch noch mit dabei. Ja, und so, so ist es hier. Ziemlich viel, äh, Wahnsinn. Da-da-da. Last one. Was? Oh, I have a looper, too. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020